Banken, Euro, Wirtschaftskrise. Krise, Krise, Krise. Tja, warum ist die finanzielle Sicherheit in der heutigen Zeit so wichtig? Das sind doch aktuell Fragen, die jeden bewegen. Denn eines ist sicher. Es gibt heute mehr Gründe denn je, sich mit seinem Geld, seiner Geldanlage und vor allem sicheren Geldanlagen zu beschäftigen. Viele haben es sicher schon vergessen, aber es gibt halt keine steuerfreie Auszahlung der Lebensversicherung mehr. Es gibt auch keine steuerbegünstigste Altersvorsorge mehr. Und die neuen Renten- oder Lebensversicherungen sind seit 2005 auch nicht mehr abzuschfähig. Und was ist Ihr Grund, sich für eine neue Lösung zu interessieren? Was auch immer Ihr Grund sein mag. Wenn Sie eine wirklich steueroptimierte, garantiert sichere Geldanlage bzw. Vorsorge wünschen oder suchen, ja dann ist die Steuersparrente oder Basis- oder auch Euro-Rente genannt, genau die richtige Lösung. Hier gibt es dann auch weiterhin garantierte Rentenleistungen, steuerliche Förderungen, regelmäßige Rentenzahlungen und eine flexible Gestaltung. Und versprochen vieles, vieles mehr. So, Sie wollen sich ebenfalls mit dieser sicheren, steueroptimierten Lösung beschäftigen? Tja, und wirklich alle Vorteile wissen, dann schauen Sie sich unbedingt unseren kostenlosen Videokurs an. Tragen Sie sich hier einfach rechts ein, und zwar nur Ihren Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse. Und Sie erhalten einen Zugang, und zwar einen kostenlosen Zugang zu Fragen- und Antwortvideos. Natürlich völlig unverbindlich für Sie. Also zögern Sie nicht lange und tragen Sie sich jetzt ein.